Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Review. Heute stelle ich euch das Tool Doggaz vor. Doggaz ist eine Applikation mit dem ihr ganz viel mit eurem Dog anstellen könnt. Ja und was genau das zeige ich euch jetzt. Gut das ist die Programmoberfläche von Doggaz. Sie ist in fünf Kategorien eingeteilt. Hier haben wir Styles & Colors, Settings, Stacks & Spacers, Kiosk Settings, Settings Locks und Dagger. Gut wir gehen das ganze Schritt für Schritt jetzt einmal durch. Hier bei Dogg Style könnt ihr einstellen ob ihr das 2D-Dock von Leopard haben wollt oder das 3D-Dock so wie wir es alle kennen. Wir klicken jetzt hier einmal auf 2D, Apply und wie ihr gleich sehen werdet haben wir das 2D-Dock wie wir es früher kennen. Also von früher noch kennen. Gut aber da ich das 3D-Dock bevorzuge stelle ich es gleich wieder um und habe mein hier mein herzgeliebtes 3D-Dock wieder. Hier könnt ihr einstellen ob die ja die ausgeblendeten ausgeblendeten Programme ja so durchsichtig scheinen sollen. Wie das aussieht zeige ich euch jetzt. So wenn wir jetzt auf Ausblenden gehen könnt ihr sehen Tweety ja scheint so durchsichtig. Gut finde ich sehr gut weil so sieht man gleich alle Programme die ausgeblendet sind ja man kann es einfacher trennen. Gut hier weiter unten habt ihr die jeweiligen Einstellungen. Hier sind die Einstellungen für das 2D-Dock und hier habt ihr die Einstellungen für das 3D-Dock. Gut hier bei Separator Style Separator ist die Trennlinie die hier unten ist. Also diese Trennlinie. Wenn wir jetzt hier einmal zum Beispiel auf Blank klicken werdet ihr gleich sehen dass die Trennlinie weg ist. Also man sie nicht mehr sieht. Sie ist zwar noch da aber man sieht sie nur nicht mehr. Weiter drunter habt ihr ja hier habt ihr jetzt zum Beispiel Plane with Reflection. Das heißt ob wir also es geht um die Spiegelung. Wenn einem zum Beispiel die Spiegelung nicht gefallen klickt ihr hier auf Plane No Reflection. Ja und dann sind die Spiegelungen weg. Das ganze schaut so aus. Und ihr seht schon das Dock ist komplett schwarz und es gibt überhaupt keine Spiegelungen mehr. Gut gehen wir weiter auf Settings. Hier könnt ihr einstellen zum Beispiel ob ihr das Dock links, zentral oder rechts haben wollt. Ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz. Das einzige Negative ist dass man immer sein Passwort eingeben muss. Gut aber da wir Systemeinstellungen ändern muss das wohl so sein. Gut. Ihr werdet jetzt gleich sehen dass ich meinen Dock hier auf dieser Seite habe. Ja und bei Write können wir uns alle denken was passieren wird. Ich stelle das jetzt kurz wieder zentral. Und wir gehen schon weiter auf diese Einstellung. Hier könnt ihr einstellen ob ihr euer Dock Start, Mittel oder Endposition haben wollt. Bei Start haben wir das Dock gleich links unten. Also es wird gleich hier aufscheinen. Wem das gefällt der kann sich dort einstellen. Ja ich halte es am liebsten Mittel. Gut. Hier weiter unten können wir den Minimieren Effekt einstellen. Jetzt gerade ist es so eingestellt. Diese Einstellung gibt es normal von Snow Leopard eigentlich nicht. Aber man kann das ganze auch umstellen. Und das ganze ist hier zum einstellen. Wir gehen jetzt einmal kurz auf Genie. Müssen wieder mal unser Passwort eingeben. Und ihr werdet gleich sehen der Einsorge Effekt hat sich geändert. Hier seht ihr das ganze schon. Eben die Standard Einstellungen die es ja die bei Snow Leopard eingestellt ist. Gut wir können jetzt nicht alles durchgehen da die Zeit zu kurz ist. Aber wenn ihr euch ein wenig durchklickt kommt ihr recht schnell dahinter wie das ganze funktioniert. So jetzt gehen wir auf Stacks und Spacers. Stacks. Ich zeige euch das am besten. Wir klicken jetzt hier kurz einmal auf Stack. Und wie ihr hier jetzt sehen könnt habe ich hier nochmal immer meinen Programm Ordner. Meinen Download Ordner. Und hier habe ich jetzt einen dritten Ordner. Wenn wir jetzt kurz drauf klicken sehen wir alle Applikationen ja die ich zuletzt verwendet habe. Wer das haben will und wer schnell immer auf die zuletzt genutzten Tools greifen will kann das hier mit AdStack einstellen. Wenn ihr das ganze nicht mehr haben wollt nehmt ihr das ganze und ja zieht es einfach aus den Dock hinaus. Spacers sind Trennlinien also Lücken die man sich einfügen kann. Das ganze zeige ich euch auch gleich. Also so einfach wie es hier geht habe ich noch nirgends gesehen. Normalerweise ich kenne es nur über das Terminal mit einem speziellen Code. Ja da kann man die Spacers einfügen. Hier geht das ganze um einiges einfacher. Man drückt einfach Add Spacer und hier können wir schon sehen. Hier haben wir eine Lücke. Ihr könnt das ganze auch beliebig verschieben. Ihr nehmt euch einfach das ganze. Ja und wir lassen das jetzt hier einmal los. Ihr könnt so viele Spacer rein tun wie ihr haben wollt. Das einzige ihr müsst ab und zu zweimal klicken. Ja und hier haben wir auch schon unseren nächsten Spacer. Das könnt ihr genauso nehmen. Ja verschieben wie ihr es möchtet. Gut ja jetzt haben wir die meisten Einstellungen schon eigentlich durch. Hier bei denen sind die Haupteinstellungen. Hier kann man auch noch paar Sachen einstellen. Ja aber die Zeit reicht leider nicht und ich möchte nicht dass das ganze zu lang wird. Und daher klickt euch ein wenig durch. Es ist ziemlich einfach und selbsterklärend. Hier könnt ihr noch spenden wenn ihr wollt. Müsst auf den Donate Button gehen. Ja und könnt eine Spende machen. Wo es das ganze zum runterladen gibt, zeige ich euch auch noch schnell. Das ganze gibt es bei www.blogsoft.net. Den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ja und von dort holt ihr euch das ganze und installiert es wie ihr es ja immer installiert eure Tools. Gut das war es auch schon wieder im Großen und Ganzen. Falls euch mein Review gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr Kommentare schreibt. Bewertet. Ja mich weiterempfehlt oder abonniert. Am besten beides. Gut bis demnächst. Ja euer Max Styler. Tschüss.